So, schnelles Outfit Face of the Day. Sehr, sehr krasser Lidstrich wieder heute. Also wirklich, bam, ja, so ein bisschen Amy Winehouse, nur ein bisschen weniger. Einer meiner neuen Favorite Lipsticks. Ich habe gerade den falschen gegriffen. Auf jeden Fall rede ich von der 100 Lobster Love von Catrice. Jetzt hier Strahl, Strahl und ein bisschen Peachy Blush. Sehr, sehr viel Gold wieder. Das kennt ihr ja schon. Offene Haare, helles Puffärmeltop und dieses fantastische Leo-Tuch. Also wirklich ganz, ganz toll. So hell und dunkel und dazu wieder diesen Nagellack Essence Choose Me. Einer meiner liebsten Nagellacke. Und ja, ich zeige euch noch die Schuhe und so. So wieder die schwarze Jeans, beziehungsweise nicht dieselbe. Ich habe die zweimal und noch in einem Dunkelblau, in einem hellblau. Wieder die Leopardenschuhe, einfach weil es zum Haltstuch passt und zum Nagellack. Ich liebe sie ja. Die sind von Leichmann. Und jetzt zeige ich euch noch die Jacke und die Tasche und dann muss ich auch schön los. So, ich hoffe ihr seht mich nochmal. Ich habe so eine Kunstlederjacke an Empetrol. Die ist jetzt aber schon fast ein Jahr alt. Die passt einfach super gut zu dem Haltstuch und zu den Leopardenschuhen. Und dazu nehme ich mal wieder meine Lieblingstasche, die ich geschenkt bekommen habe. Ich muss noch fragen, woher ich die habe. Ich weiß es leider nicht. Und jetzt muss ich auch schon los. Also, weil ihr euch mal gefragt habt, wann ich die Videos drehe. Ich drehe die immer so 5, 10 Minuten, bevor ich los muss oder der Bus kommt oder so. Deswegen habe ich da auch nie so viel Zeit für. Also macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Und jetzt geht's.